Hallo Leute! Willkommen zurück zu Let's Play Bully, die Ehrenrunde. Wir befinden uns mitten in Halloween und starten die Quest, der große Streich. Okay, was willst du? Sag jetzt von mir. Ich will doch nur diesen Hund. Geh weg. Was? Kannst blocken. Geh weg. Ah, ranziges Fleisch. Lecker, lecker, lecker. Tolles Geräusch. Na super, ein Beutel Scheiße. Und jetzt? Gehen wir zum Lehrerzimmer. Ja, er hat einen Beutel Scheiße. Als würde man da nicht anders rankommen, weil man unbedingt Hundescheiße aufsammeln muss. Ich meine, wenn man unbedingt sowas machen will, das geht auch anders. Aber gut. Na gut, von mir aus. Mir soll es recht sein. Ich meine, das Spiel meint, ich muss... Der große Streich ist, einen Beutel Hundescheiße irgendwo hinzustellen, setzen, schmeißen. Dann meint das Spiel das. Dann muss ich das tun, wenn das so ist. Und, ja. Gut, dann gehen wir da mal rein. Nein! Ja, ich habe ihn zu... Ich habe zu früh her gedrückt. So. Okay, schauen wir mal. Ja, ich muss runter. Der Pfeil sagt, dass ich runter gehen muss. Blackie, merkst du doch endlich. Pfeil nach unten ist gleich. Du bist im falschen Stockwerk. Pfeil nach oben ist gleich. Du bist auch im falschen Stockwerk. So. Löse den Feueralarm aus. Ah ja, hier. Und er hat ihn angezündet, oder? Ah ja. Äh. Du hast das Red Ninja-Gustümer halten. Nicht schlecht, Jimmy. Und jetzt? Oh, oh. Ich glaube, ich sollte irgendwie weglaufen. What the? Weg hier. Tja. Jetzt fehlen uns immer noch zwei Kürbisse. Dieselben wie vorher. Ja, und ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wie ich da hinkomme. Vielleicht können wir ja mit irgendwas anderem hin. Vielleicht nicht mit der Zwille hier. Sondern mit... Ja, Gewalt gegen Respekt-Person. Ja, natürlich. Gewalt gegen Respekt-Person. Heißt, er läuft hier rein. Ja, natürlich. Das ist so scheiße. Ich werfe irgendwo eine Stinkbombin. Er läuft rein. Und dann war das Gewalt gegen Respekt-Person. Ah. Okay, ich würde sagen... Wir speichern erst mal ab. Ja, ich möchte abspeichern. Bitte. Das Spiel ist ein bisschen anstrengend gerade. Ich laufe in deine Stinkbombe rein. Hä? Was soll das? Warum tust du mir weh? Ah. Halloween ist vorbei. Und die zwei Kürbisse habe ich verpennt. Hilf Gary. Ja. Ne. Ich habe jetzt aber keine Lust, Gary zu helfen. Ich mache jetzt Unterricht. Welcher Tag ist denn heute überhaupt? Ich habe keine Ahnung, welcher Tag ist. Ich hoffe nicht, dass irgendwie Samstag oder so ist. Na ja, warte mal. Girls Room. Da bin ich falsch. Es gibt ja noch eine andere Quest. Schauen wir mal, wie die andere Quest heißt. Weil Hilf Gary hört sich mehr so nach einer Main-Quest an. Und die Quest heißt... Ah ja. Irgendwas anderes. Charakterbögen. Aber schauen wir mal. Vielleicht sollten wir erstmal wieder Schule machen. Mehr Unterrichtsfächer. Ja, das war nichts. Ja, ja. Nervt mich nicht. Ich muss jetzt lernen. Boah, die verfolgen mich. So. Wir müssen ins obere Stockwerk. Hä? Warum gehst du nicht in die Klasse? Ich bin doch gerade auf dem Weg. Kunst 2. Okay. Ja, wie Kunst 2 funktioniert, das wissen wir schon. Ja. Wie Kunst 2 funktioniert, wissen wir schon. Das wissen wir so gut, dass wir gleich mal richtig verkacken. Ähm. Ich möchte diese Hand haben. Ähm. Aber das wird wohl nichts. Ja. Das ist ein großes Stück. Das ist ein großes Stück Bild. Oh, da oben ist ein Daumen. Den Daumen würde ich auch haben. Nein! Jetzt habe ich nur noch ein... Ein Leben. Aber das war gerade doch irgendwie... Ja, eh. Nochmal. Ah, da ist hier. Turbo. Uh, das war knapp. Das war knapp. Das war knapp. Aber irgendwie sind die gerade so ein bisschen blöd eingesperrt. Und deswegen tue ich mir irgendwie schwer. Und die Schere verfolgt mich bestimmt. Oh mein Gott, es sind so viele Bonuse da und ich schaffe es nicht. Oh Gott, was habe ich da für eine Scheiße gemacht. Ah, ich habe es geschafft. Das war nicht besonders gut. Das war nicht besonders gut, aber ich habe es geschafft. Und wieder ein Bild von der Lehrerin, wie sie auf dem Sofa sitzt. Hatte es jemals Privatstunden? Nein! Ich hatte keine Privatstunden. Kussbonus. Küsst deinem Echt, wenn du kommst zu bloß 50% Gesundheit. Was zum... Weißt du? Ich habe nichts ge... Weißt du? Was willst du von mir? Ich hau dir... Warte. Ja, jetzt kommt eine Aufsichtsperson. Aber die verfolgt nämlich so einen anderen. Ja, genau. Arschloch. So sieht es aus. Ich möchte jetzt ein Mädchen. Ich möchte jetzt einen Kussbonus. Botenauftrag. Wenn... Ja, Schokoladenpralinen in ihren Spinnenplägen. Alles klar. Das kann ich machen. Kein Problem. Schauen wir mal, ob eine Aufsichtsperson in der Nähe ist. Dann muss ich nämlich warten. Da ist eine Aufsichtsperson. Und ich hoffe, die geht irgendwie in die falsche Richtung oder so. Es geht genau zu mir. Und jetzt verpiss dich. So. Weh, der dreht jetzt um. So. Und geschafft. Belohnung erledigt. Plus 10 Dollar. Und der nächste Botenauftrag ist mir gerade in den Englischunterricht abgehauen. Kann ich auch irgendwie? Okay, was haben wir jetzt für eine Stunde? Bestimmt irgendwas, was wir auch schon hatten. Weil wir hatten... Ja, jetzt kommt Sport. Jetzt müsste Sport kommen. Na gut. Dann machen wir jetzt nochmal Sport. Und dann würde ich sagen, machen wir wieder eine kleine Pause. Dumm, die dumm, die dumm. Ich springe über den Müll einmal. Nein, man kann über den Müll einmal nicht drüber springen. Ja, der Schläger verfolgt mich und will mich töten. Die Lehrer verfolgen mich und wollen mich in die Unterricht stecken. Eigentlich könnte ich mich fangen lassen, aber... Viel lustiger so. Oh mein Gott, oh mein Gott. Geh weg. Nein. So. Nein. Was machst du da, Jimmy? Sodala. Aber ich muss sagen, ich komme mit der Steuerung langsam klar. Also langsam... Geht's. Ne Sport, zwei. Völkerball. Ich liebe den Klang von kleinen, weinenden Jungs am Morgen. Ich spiele bestimmt mit den Strebern. Ja, natürlich. Runde eins. So, werfen, springen, passen. Es schifft links. Ich weiß immer noch nicht, ob das funktioniert. Was? So. Ähm, fangen ist eh. Werfen ist eh. Ausweichen ist leer und wechseln. Okay. Ah ja, okay. Everyone on this team, you guys gonna have a chance of winning. I knew you were a loser, but you're stupid. Who's on top? Now up. We are on top. You don't have a chance of getting the nerd. You are going to be left. Bam. Ah ja, das funktioniert ganz... Ach so, ist es. Ergebnis gewonnen, 1 zu 0. Okay, ich verstehe. Das ist voll einfach. Bam. Die Loser rocken voll ab. Das schwerste am Völkerball ist ja eigentlich, dass du die Bälle vom Gegner fängst. Das ist eigentlich das schwerste. Präzisions-Upgrade. Du bist mit deinen Waffen jetzt treffsicherer. Jetzt wird es nichts sagen. Dass ich jetzt irgendwie ziehen kann. Naja, geht immer noch nicht. Naja, okay. Alles klar. Dann haben wir das hier auch erledigt. Dann würde ich sagen, was das erstmal für diesen Part. Und als nächstes, ähm, schauen wir uns, ähm, den Quest Charakterbögen an. Das allerdings im nächsten Part. Ähm, aber, ja, ich kann ja schon mal hinlaufen. Ähm, ah. Wer ja immer rennt. Tchuuu. Genau, also, ähm, Gary braucht irgendwie Hilfe. Ich weiß gar nicht, woran das überhaupt liegt oder was er verbrochen hat. Aber ich schätze mal, dass das... Ah, nicht immer da rein. Ach, dann gehe ich den Rest halt zu Fuß. Na gut, Leute. Das war's von diesem Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao, ciao. Euer Blacky.